Hey, willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal, Leute. Heute ist noch mal ein kleines Duo-Gameplay, bis zu einer richtig geile Duo-Runde. War auf jeden Fall eine richtig mega geile Runde mit wirklich lustigen Momenten. Und am Ende waren auch noch ein bisschen Noobs dabei, die wir ein bisschen getrappt haben. War, wie schon gesagt, richtig mega nice. Ja, und wenn euch das Video gefällt, lasst euch auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like, ein Buch des Weiterbuchs und ein Abo der Leute. Und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall auch das Video teilen mit euren Freunden, Verwandten und so weiter. Ich würde mich mega unterstützen. Und sonst würde ich sagen, ja, viel Spaß mit der richtig geilen Runde. Let's go! Also hier sind zwei Drohnen. Ich gönne die mal, okay? Hier schon am Berg. Ei, 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 da bin ich gelandet. Aber ich habe ein Portal hier. Ja, toll, bin ich auch hier. Hä, wo? Lol, warum denn? Der hättest ja eher noch mitgehen können. Ich habe was für dich, komm her. Nicht, dass du gleich wieder freckst, Alter. Gib mir eine Waffe. Ich habe hier eine Squad. Ja, gib mir eine Monik. Drei, drei, aah, aah. Na, gut. Komm mit. Lass jetzt mal unser Liebnis auspushen. Ey, Chris, hast du jetzt eigentlich mit einem zweiten Content Mate zu? Loll, hier sind keine. Du mit deinen 20 Milliarden Gegner, Alter. Hier ist einfach keiner. Also ich spiele gerade noch gut, wir sind vielleicht fertig und dann spielen wir es gut. Ja, ja. Kann man bleiben. Ja, hätte ich ja hier doch hingehen können. Ja, wow. Ja, war geil. Ich will noch nichts sagen, aber hier liegt der Biggie für dich. Den kann ich ja nicht mitnehmen. Ja, dann trink erst mal den Biggie, Junge. Juck, 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 Juck. Juck, 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 Juck. Juck, 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 Juck. Juck, 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 Juck. Lol, hier haben wir eine SCAR gefunden, Alter. Junge, der Ort ist mega OP. Ich liebe diesen Ort, wirklich. Raketenlaoucher, SCAR. Oh, Junge, die Minigun ist mega OP, Junge. Chill mal, Junge. Besser als Raketenlaoucher und SCAR zusammen. Noch mal einen Biggie, Junge. Ja, ganz unabsichtlich. Ich glaub nicht die Hansgemeinde Junge ey es ist halt wirklich in jedem Scheiß hau.. Entschuldigung, eh in jedem Kacke Haus, ne Kack-Truhe Du sagst eine Beleidigung, sagst Entschuldigung, sagst die Nächste Ah, Gegner Da kommen sie wieder Junge Ich glaub da er von dir weggelegt, scheiß wo war die Alles klar, wie verhebt Oh, oh, da hat er, da hat er gefressen Junge Ein 64 Hit mit der SCAR Junge, das tut weh Ist er noch durch? Da zieht er einen Raketen Launcher ins Gesicht Ich pusht, ich pusht er einfach Junge, die regen mich auf Da hab ich ihn Ja, das war's mit ihm Oh, der andere hat Oh Windu, ich hab dich mal geertet Oh Windu, ich hab dich mal zu damit Glaube ich Oh, oh, er hatte richtig harten Luft Junge Hey, hast du den anderen auch schon getötet? Ne, ne Ah ja, ich merk's aber Ja, warte, ich hab, ich hab, schon Ich hab ihn in der Luft geschreddert, Alter In der Luft geschreddert, Alter In der Luft geschreddert, Alter Nicht so krass, aber da lag eh noch ein Biggie, den gönne ich mir jetzt mal gleich Ja, ich gönne mir jetzt erst noch einen Charctive Geiler Port of Fort, die du da geplaced hast, muss ich sagen Ja, die war ja, die war ja mega Ne, die hat uns voll den Arsch gesetzt Ne, ganz sicher Bringt erst mal einen Charctive Ja, Junge, ich hab doch noch zwei Biggies, Alter Achso, ja Shit Achso, ich glaub, aber ich weiß halt nicht Ja, am Berg ist doch ein Portal Mir ist so kalt, Junge Ne, lass mal ein Buggy fangen Ist besser Ist schneller Ja, geht eure Runde noch Ähm 28 Spieler lang Lass fliegen, mega, bitte Ja, dann flieg ich halt mit dem Buggy Wenn ich jetzt mit dem Buggy Fallschaden bekomme und verreck, Alter Wir spielen ganz kurz eine Runde Du Äh, Philipp, schreib mich an, wobei du fertig seid Okay Jo Ja Ich komm jetzt her, Digga Ha Wir sind im Admin Channel Junge, ich Ich bin so dumm, Alter Ich komm jetzt Ich hab dich scheiße ausgeschehen, Digga Ich meine Fresse Oh, Junge, tschu mal Ich raste aus Ich darf nur Autofahren Gleichzeitig rein Du bist doch fett, Junge Sei leid, Junge Du hast schon Platz im Seitenportal Mit dem Portal Oh Ich predicte jetzt, dass ich gleich Headshots reinführe Lol, oh lol Gib mal hier, da ist die Straße zu Ende Hab' mich noch gar nicht gesehen Ja Da fällt das Auto da runter, Junge Das war locker da in Familie Entschuldigung Ja Ja, die waren bei uns Danke für den Pigi auf jeden Fall Der hat sich auf jeden Fall gelohnt Wo sind die denn? Da Da Das ist ein Non-Scape What? Als ob man eine goldene Sniper Auf die Range Keine One-Shot macht, Alter Ja, Body-Shot nicht Das ist so dumm, Alter Das ist eine goldene Sniper, Junge Die bekommen es halt nie Und die macht trotzdem Auf Body-Shot keinen One-Hit Der ist vielleicht One-Hit jetzt Aber lass mir den mal Ich will den richtig Richtig geilen Ballfight haben Mit dem Der ist locker gut, Junge Schau, der ist locker gut Der ist locker gut, Junge Der ist locker gut, Junge Oh, oh! Oh mein Gott, wie gut der ist Oh mein Gott, oh mein Gott Oh, Junge, der tut mir so leid Ey, bitte Tu mir nicht weh Tu mir bitte nicht weh Ohhhh Oh, ärgerlich Oh, ärgerlich, Junge Er hat mir wirklich weh getan Er hat mich angegriffen Persönlich Das hat weh Ja, jetzt habe ich meinen Mini verschwendet Egal Für den Trap-Kill Er war richtig lost, Alter He- Ah Wo? Ah, auf dem Berg Ja, Mann Bisschen ungünstig Ohohoho Der hätte mich fast getroffen, Junge Der Lappen Yeah Oh, da habe ich ihn genockt Er hat mir einen Hit gegeben Aber ich habe ihn genockt Lass pushen, Boys Lass pushen Push, 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 push Der revived ja trotzdem hier Bevor wir da sind Push einfach Oh Junge, wie lange brauchst du denn beim pushen Das ist halt One-Hit danach wieder Also Das ist noch ein Team Einer genockt Hast du ihn? Hab ihn Das hat doch kein Team Der hat uns, wollten uns nur von hinten holen Aber der war genockt Wo ist denn dein Freund? Nee, nee, ich habe ihn, ich habe ihn schon Ja, da kommen das halt noch anders Hast du, äh, Minis oder sowas? Blue Life? Ich weiß, ja Oh, bitte Gib mir den Ich will den gerne, schau Hab ich doch gesagt, du sollst ihn aufheben Na Was? Nix Ja, das ist eine easy Runde, würde ich mal sagen Ja, das ist ein kleiner Sterben, aber da war der Allaufhund Anfallschaden, Junge Wir fallen jetzt von Berge runter, Alter Wir machen den, wir machen den Fixie-Out, man Bring von Berg Ah, da ist der, oh, 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 schau mal Oh, Noob, oh, der tut mir so leid Gib mir mal den Ah, er rennt geschickt mit einer Skar herum, mit einer Goldenen Fick mit einer Goldenen Skar Willst du den Loot holen? Da und sie noch welche Das ist noch ein Noob Oh, das ist noch ein Noob Das ist noch ein Noob, es sind noch zwei Noob-Ball Ey, die tun mir so leid, Junge Tötet die einfach Jungen, warum es nicht so viele Loops vor dir in der Runde, Alter Da hab ich ihn nicht schön gecleat Ja, gecleamt, Trüben Schön vor der Nase weggecleat, Alter Da war noch die Golden Skar, Junge, gönn ich die Ja, jetzt hast du Zugangsmaterial hier, Alter Fertzack Ey, der hatte gerade bei 100 Holz Ist immer noch ein Noob-Ball Ah, jetzt weiß ich wo die restlichen Gegner sind Noch ein Noob-Scan